Und ich bin eine Biene, ich bin stäubelig. Oh Biene, sollst du schlafen gehen, hast du gesagt. Ja, ich bin eine Bume, ich bin kein Opa. Ich bin eine Biene, zum zum. Er hat gesagt, ich bin Medic. Wenn du so eine Tablette vorgehst, dann bist du ein bisschen... Die größten Piste im Besitz. Negativ. In der Schulter, die die Größe von einem 9mm Bleistift haben, dann habe ich mich beim Schirmlader in die Schulter gerammt. Ja. Und deswegen wollte ich jetzt irgendwie ihre Hilfe, weil das tut ein bisschen weh, Ich hatte schon... Ich hatte schon ein bisschen... Ich bin die Sohne bei der Person... Okay, nein. Äh, aber die Tankstelle ist auch freundlich. Haben Sie... Langeweile hat er ein besonderes Könnt, das sie hier zeigt? Willst du das? Hast du dir ein besonderes Könnt, das sie zeigt? Ja, ich bin ein... Ich bin ein... Kein Kindesteller, aber ich bin äh... Für Länge schlägt ein bisschen auf. Dann kann ich schon gleich... Da bin ich im Start. Wissen Sie, wie immer ein Krio aus der Bente? Einfach die Hand aus die Fenster her. Das Auto dreht sich dann vorhanden. Schauts FIRED! Schauts FIRED! Schauts FIRED! Wir werden das einklicken. Ja. Absurde Scheiß-Car. Schauts FIRED! Ich hab'se mit seinem Fössigste, der Assi! Schauts FIRED! Ich glaub, die machen jetzt kommt! Schauts FIRED! Schauts FIRED! Die Karten sind scheiße! Brah! So, jetzt haben sie einen neuen Spoiler, jetzt ist es die verliebt, sie haben Spinner-Folgen und den hast du den Kuhfänger vorne gemacht. Und die Unterbodenbeleuchtung. Und die Unterbodenbeleuchtung. Wollen sie noch Fußtraumbeleuchtung? In welcher Farbe? Die LEDs, die können sie natürlich noch umstellen. Ich find da ein Mettetautomus-Pickball. Wie ein Mettetautomus-Pickball. Ey. Das ist keine Beleidigung. Dafür steht er auch ihr Mist. So. 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 Keine Frage, sollen wir ein paar Sekunden geschlagen haben? Nein, ein Tick! Können sie mal alle belangen, alle Blöde auch. Kaffst du? Nein, ich bin schon nicht. Er wollte ja zwei Löffel. Oh ja. Im Tank, zwei Löffel. Nein, im Katalysator, damit der Auto ist. Im Katalysator? Ich hab das gehabt bei meinem Polo, da war ein Rissium-Katalysator. Ja. Der Werkstattmensch hat gesagt, du bist noch ein bisschen enger und wir werden das Auto geben wollen, muss Löffel. Aber seht mir mal ehrlich, das Auto war schön da aus. Ich sage dir eins, wenn du einmal ein Katalysator einlogst, ich glaube du fährst nur ein Kilometer. Ja, sei nicht, eigentlich. Der Mechaniker kraftet nicht für die Wünsche des Kunden. Aber ist der Katalysator nicht normal, aber ist das vorne, die Motor, oder? Nein, Katalysator ist ein Ausbau. Was hat mein Mechaniker dann gemacht? Vor-Kart-Sonde, nach-Kart-Sonde. Also, passt hier ein Stück. Ja, ja, ja. Oh, was ist das? Ja, da drüben wir die Sonne, aber irgendwie, du weißt nicht was. Hallo, ich bin hier. Die Hände nehmen mir jetzt aber nicht weg. Was machen die doch hier? Keine Hände, zieht aus. Ja, gut. Ähm. Da haben sie eigentlich nur auf einer Seite einen Spinner. Kommt den Scheißkopf oben auf. Ja, mach das. Oh, das sieht wirklich nicht so nett aus, was die ja dann hier machen. Ja, das stimmt. Was ist das denn? Ich glaube, das ist das Frau. Hallo, ich würde dich eigentlich schweren. Das ist meine Frau. Oh, oh, oh. Das gibt ja, 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 ja. Ich glaube, du hast einen Brotten. Komm mal sie nach raus, lass dich schon mal raus. Ich habe mich bewusstlos geschlagen und einmal reingepackt. Äh, nein. Dann macht er mal gleich mit dem, würde ich sagen, oder? Lauf, lauf rein, im Gang. Ich rennen, ich habe gesagt laufen. Du willst leider von dem Tunis. Möglich weit da laufen. Ja, dann. Ja, aber verdäht ihr, dass das noch nicht? Ja, das akzeptiert das glaube ich nicht. Ja, das ist so ne Sache, ne? Das akzeptiert der glaube ich nicht so ganz. Jetzt muss der Fahrer hier noch reinsetzen, gucken, ob das Auto noch zu ihm passt. Ach du Scheiße, was ist denn hier jetzt los? Ach du Scheiße. Ich hab nix mehr zum Binnen Batsch. Versteck mich, er bringt da so ein Medic. Ja, das ist nett. Versteck mich jetzt am Auto, der Spoiler ist mittlerweile fett genug. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wovon sie reden, ja? Es gibt ja einen Idiotentest. Auf jeden Fall, der hat zwei Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, irgendwie sollte der nicht klapp sein. Ja, sehen Sie, was ich meine. Der Typ, der hat gesagt, ich soll sie fragen, was MS heißt. MS? Ja. Jetzt kommt sie mir nicht mehr so selber, ja? Ich sag nicht schon. Also ich würd sagen, Minecraft sagt. Hä? Ja, dann würd ich auch sagen. Garne. Oder Mikroschniele. Ich weiß ja nicht, wie MS Sado Mado heißt. Oder Jägerschniele. Mado Sado. Oder Mado Sack. Also Sado könnte aber auch der Name sein. Oder Meinschniele. Oder Meinschniele. Oder Meinschniele. Oder Meinschniele. Oder Meinschniele. Ja. Fantastisch. Mega, mega, schwind. Mega, mega, schwind. Mega, mega, sexy. Mega, sexy, mega, schwind. Mega, mega, super. Ah, die Medix. Kannst du gerne versuchen, aber ich habe einen Krieg zu von allen aus dem Maul. Also einsteigen an sich, könnten es aber. Sie sollten damit nicht wegfahren, dann könnte er... Das ist immer noch schade. Ich glaube, ich will nicht den Hoch zu kriegen. Also ich meine, das will ich geradeaus tun. Das ist in der D-Maschine. Man, jetzt gehen sie suchen, man. Sie haben die Störse, hässlich. Jetzt lassen sie den Arsch hängen. Ich hab doch schon mal gesagt, du bist zwar dunkel heute nicht, weil du hast den kleinsten der Welt. Aber die süßeste Perlin in der Welt habe ich gehört. Aber immer wer zu müssen, kommt irgendwie so vor. Dann muss man mal eine Frau fragen. Das ist auf jeden Fall nicht wegen Kno hin. Auf die Scheiße. Der Herr, bleiben sie mal gut stehen. Bleiben sie mal gut stehen. Steigen sie mal aus aus den Augen. Wander, 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 wander. Der Herr, Sie können so nicht fahren, das ist Ihnen ja schon bewusst. aber wenn Sie nie看看, das ein bater ist, haben wir ja schon zu dürfen. Bei einer kleinen Maschine ist nicht Ihre Musik oder drei, wie Sie sich denken. Das ist Roman. findou're wichtig.